Und wer, natürlich muss ich fragen, möchte gerne nach 10 Jahren in der Waffe sehen, dass im 11. Jahr Julius Bär endlich mit dir ist und jetzt... Ich brauche schon mal eine Sprache ein. Und zwar das Herzstück bei jeder Polomannschaft und jede Mannschaft hat natürlich seine eigene vereinten Maschinenraum, liebe Polo-Freunde. Oh! Kirschke. Adina Kronhaus. Hier wird die Lufthaus, Enno. Spiel mit Köpchen. Hier! 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 Ach! Hier! Stören, früh, früh. Kein Vulkan, in der Stelle. Macht die Peinstürme. Die Peinstürme, die Peinstürme sind einstürmend. Macht Arsch, macht Arsch und Peinstürme. Peinstürme ist eine Brust. Macht das in Uwe Ziller. Und ich denke, sehr, sehr schön gemacht. Jetzt wieder der Italiener. Das ist, naja, Magi. An der Bande. Magi versucht ein bisschen Platz zu schaffen. Wir müssen überlanden. Kronhaus holt sich den Ball. Hat Enno Gaps an der Bande gekriegt. Wieder das Duell. Kronhaus, der Gams. Ich glaube, Enno, du musst den Hammer zu Jan Schmidt mit dir in deinen Hosen besorgen. Deine Hose hat die von Kronhausen. Da ist ein riesen Riff, was du gesehen hast. Wie kann die Mutter den so rauslassen? Ja, oder? Wie kann die Mutter den so rauslassen? Meine Worte? Wie kann die Mutter den so rauslassen? Ich habe gedacht, dass wir uns für etwas ein bisschen einfacher dieses erste Chakra bestreiten. Aber wie ist der? Die Jungen, die sind verpflichtet und verbessert, aber wir schlafen in der Erfahrung und natürlich das Know-how von Kronhaus. Das geht, glaube ich, wirklich bis zum vierten und letzter Chakra. Und wer weiß, du, nein, geben wir sie dann in die Falle. In der Hauptkiste auch in Polo. Ja, die Mauer. Vier, eineinhalb Minuten, Heiko. Die zehn Jahre warten, glaube ich, auch eine Ende. Die letzte halbe Minute läuft in diesem Finale. Die erste Tür für seine Linie, die hier in Enno-Weiß ist. Noch mal Kronhaus. Wie ist der Schlusspunkt hier in diesem Finale? Kronhaus! Das Gute ist voll. Zwei zu sechs. Spier. Geht es sich schon die Arten? Ich bin gerade da. Ich bin gerade da. Die Gute. Die Gute. Ich bin gerade da. Ich bin gerade da. Wir sind auch drittem Mal Sieger hier. Julius Werbe. Klang. Die Wahlschirmt nach der Schwerstelle. Ich bin gerade da. Kronhaus. Ja, toll. Dankeschön. Wir brauchen noch ein paar Minuten, um hier alles rauszuhalten.